Hi Leute und Willkommen zu einer zweiten Folge und keine Sorge, dass du nun mal eine Aufnahme bekommst. Ich wollte nämlich nachgucken, ob das wirklich funktioniert. Wir werden den Zerspörer betrachten. Gucken wir mal was ich hier habe. Hier das. Leider ist es nicht so gut sehbar. Aber auch das. Zack. Wattelt. Oh, ich liebe sie. Das ist die Klaue von meinem Freund, die mein Freund erzählt hat und ich habe gesagt, ich habe doch gesagt, sie ist doch viel zu fredig. Ich habe es geschafft sie zu besiegen. Ich sage dazu nur, es war Lack, dass ich die richtige Stelle gefunden habe. Oh fuck, falsche Sache. Die hier. Oh fuck. Ne, da will ich nicht drauf. Da will ich jetzt nicht drauf. Einfach so OP, diese Klaue. Und weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde einfach nur zugucken, wie mein Sniper die ganze Zeit hinterfällt. Über. Über. Über den Euer-Takt. Und jetzt werden wir hier einen Stress haben. Oder das täglich direkt. Mit dieser Klaue. Ups. 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 Ist so geil. Wirklich tausend Schaden. Ist ja wie gesagt. Mein Freund. Und wahrscheinlich hätte er welche. Ne. Ups. Ich habe noch wenig Leben. Nein. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Selbst mit dieser Klaue. Das ist unmöglich. Hä? Hä? Wie hat mein Freund den besiegt? Das ist ja fast unmöglich. Ich habe jetzt diese Klaue. Und die mein Freund gesagt hat. Ja, ja. Damit besiegst du ihn. Falsch gedacht. Ach ne. Dann bekam ich mir eine zweite gecraftet. Ja. Wieso. Dann kann ich auch wegwerfen. Soll ich sagen. Hey. Aber. Wieso? Ich habe jetzt diese Klaue. Und. Was bringt mir sie jetzt? So wenig. Oh. Warte. Oh. Ich bin so dumm. Ich habe hier von der Kiste auch noch. Von diesen großen Heiltränke bekommen. Ich glaube. Darin bleibt es. Ich bin mir aber nicht sicher. Nur was ich auf jeden Fall jetzt brauche. So. Hier habe ich wie gesagt noch eine. Aber die hebe ich mir auf. Ich glaube. Ich weiß wie ich es schaffe. Ich brauche wirklich diese große Heiltränke. Ich werde bis zur nächsten Nacht warten. Also wird es sozusagen. Hier halt. Wie soll man sagen. Ne. Nächste Folge werden wir es sozusagen bekämpfen. Obwohl die direkt hintereinander kommen werden. Nächste Folge. Werd ihr den Kampf sehen. Ist es wahrscheinlich spät. Aber ich werde sie trotzdem hochladen. Tschüss.